Hallo, ich bin Jan Nief und mache eine Ausbildung zum Erzieher bei der BAVB Behindertenhilfe Vogelsbergkreis. Ich habe mich für eine Ausbildung bei der BAVB entschieden, weil ich gerne Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer alltäglichen Lebensführung unterstützen möchte. Ich würde mich freuen, dich auf unserer Ausbildungsmesse zu sehen, also komm vorbei und check meinen Job.